Besser abreißen als anscheißen. Ah, so ne Fackel. Wo seid denn ihr? Hölle. Ich bin in der Hölle und jetzt geh ich wieder in die normale Welt. Wir müssen aber um das Höllenportal rum hier noch ein bisschen Terraforming machen. Es schaut irgendwie doof aus, so mit der Erde. Alter. Wer hat hier grad Schaden bekommen? Nelly kriegt Schaden, aber warum? Hat er irgendwie einen Trank der Vergiftung genommen? Sie ist böse. Genau, wenn man so einen Trank nimmt, am besten immer selber trinken. Ja. Wie kann ich jetzt am besten zu den Glowstone? Trink. Ah! Obwohl ich habe noch einmal Wasser, ey. Yo, geil. Oh. Ähm, ich würde sagen, außenrum machen wir das Portal mit einem Netherstein, oder? Nö. Dann kommt einer noch mit dem Feuerzeug und denkt sich, mhm, schön. Ich würde höchstens sagen, den Boden vielleicht. Äh, den Boden mit Feuer? Äh, mit Nether? Jupp. Äh, könnte ich jetzt machen. Viel Spaß. Ne, ne, nicht den Boden mit Nether. Ganz normal, einfach wie eine normale Bude. Okay. Ah, toll. Soll er noch natürlich sein. Aber kein Holz. Kannst du mal bei mir in die Kisten schauen, da ist immer noch ein bisschen Holz. Auch ein Apfel, falls einer mal Hunger hat. Also vier Äpfel habe ich drin. Äh, ich habe zwei Äpfel. Wie ich? Ja, dann holt die halt. Wo ist deine Bude? Hier mit dem riesen Gesicht, die vor mir? Jep. Mit der kleinen Küche und alles. Was wollte ich machen? Äh, da. Eichenholz. Ich denke, 14 reichen. Hat jemand was zu essen? Mein Leben regeneriert sich nicht mehr. Ja, wo bist du? Warte, T slash TP. Teleportier dich doch nicht immer. Och. Wenn nicht in meiner Kiste, kannst du ein paar Äpfel nehmen. Ah, da. Warte, und noch zwei Äpfel. Danke. Danke. So, ich brauche jetzt mal. Das nehme ich. Hm, das hat aber was. Hm. Nee, lass mal so. Ah nüt, ich finde aber, dein Haus schaut auch geil aus. Ja. Ah. Ja, finde ich auch. Ich bin mal kurz für ein Sekündchen weg und unterbreche auch die Aufnahme. Ich muss nicht mal pinkeln. Also ich würde sagen, Boden oder so. So, da bin ich wieder. Äh, in. Ganz normal Holz oder so. Oder Erde oder Koppel. Ich bin wieder da, ha. Ich baue gerade mit. Hat es Spaß? Und wie? Gibt's irgendwo noch Kühe, weiß das einer? Äh, nur Schafe. Ja, in der, in, ähm, Dingens. Nur Schafe. Ach, Schneebio und so. Dann müssten wir mal eine kleine Farm bauen. Oh, fertig. Nur wohin? Wow. Das war knapp. Geht doch mal in die Hölle. Nur wohin ist die Frage. Was war da denn? Daubart? Ah ne, wo bist du? In der Hölle. Oh, in der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Das ist Wahnsinn. Äh, wie komme ich denn hier raus? Scheiße. Während du zum Portal läufst. Du bist ja ein Held. Wo ist das Portal? Horte dich zu mir. Nein. Warum schwebt da ein Baum? Ah, da oben bist du. Weil er keine Lust mehr hat zu stehen. Warte, warte, ich schmeiße dir Erde runter. Der schwebt über einem See, da komme ich nicht hin. Ähm, ähm, ähm. Warte, falls das nicht reicht. Da. So, sicher reicht das. Ich muss nur hier das Loch finden. Bis zum nächsten Mal. mit fremden ich kann helfen die ich noch glaub das ist ja wo bist du ich hab mich zuvor auch schon gesehen ich hab mich zuvor hatte ich hier das war das war das da da ist ein Loch das geht bis Lava runter oh Alex will ich sehen das können wir nicht machen ja fall da nochmal runter ja bitte ich will sehen ist die noch da wer von euch Pissern hat das Ding gebaut ich bin unschuldig meine Brüte steht da hinten soll ich euch mal was cooles zeigen jetzt bin ich aber gemein meine 25 Levels die hole ich mal wieder Annett soll ich dir mal was zeigen ich bin da will Null Annett ja könnt ihr euch dir was zeigen ich hab keine Kohle wenn ich den Erfahrungstrang verdiene 62 Glowstone Wahnsinn voll noch Zaun sag ich euch mal was ach da Rotte Rotte ja toll das weiß ich auch kenne ich auch man Raketen jetzt explodiert äh ähm Cheetah on kann ich mal bitte Tag machen nö ja wir haben doch alle Bettchen lass doch alle pennen gehen ok jetzt muss ich erst mal wenn es euch wieder herstellen wenn es geht ich liege im Bett ich liege im Bett ja hast du wohl Angst im Dunkeln ja nein komm zu mir ich hab mein äh Dingens hier angemacht mein Kamin ich hab doch schon einen Tag gemacht wenn er schreit brett sein Haus wo ist dein Kamin Zeugel ey nein mein Haus brennt oh Alter Alter mach aus mach das zu dein Haus brennt oben dein Dach brennt ach Quatsch ah nee komm schnell hoch komm schnell hoch du hast da noch viel zu viel Holz deine Bude ist gleich weg ah jetzt ah jetzt brenne ich äh mein Haus oh nein ich komm da nicht hin geh weg geh weg bin schon dabei Mann ich hab doch ich hab gedacht das geht Alter dein Haus brennt Alter warte ich geh schnell raus hier oben brennt's nicht mehr ich hab ne Feuerwehrleiter hochgebraucht äh ah nee dein Haus ja nicht nur mein Haus sondern ich auch ich auch äh ich hab leider kein Wasser ja mein Eimer ist mittlerweile leer ja du wart dat ähm ah nee komm mal her hey das will ich dir jetzt mal zeigen wo bist du denn an warte an dem Portal aber warte ich muss mir schnell was crushen Digga ich mach erst mein Haus hier wieder ganz scheiße ja das war voll nicht geplant wie ich's gesagt hab gleich brennt sein Haus dann schreit da und zack was war das? wo war das? aua wat war dat? ich kann nicht wissen ach du schttt hallo du hast dich da wir furzen hier rum voll der feuchte Sprühfurzei gar natürlich nicht na ich werde ich auch nicht die Helden oh an das Komma her an das Portal Oh, ich muss erstmal hier mein Haus wieder aufbauen, Mann. Hast du Holz? Ich? Also hier stehen einfach ein paar Baumstämme in der Gegend rum. Ah, da bist du. Warte, Anne, du bist ja schon da, ne? Nee. Wie sieht das aus? Lieber rechts und links davon und die dann brennen. In dem Holzhaus, vergiss es. Oh, das hab ich vergessen. Dann mach's halt... Äh, Nelly, komm mal ja da. Da stehst du. Dann mach's halt aufs Stein. Wir machen dich gleich aufs Stein. Fick dich! Na? Ja, so sieht's besser aus. Und dann würd' ich noch sagen, hier und da. Oder? Kann man daraus noch Treppen bauen? Äh, nee. Erst in 1, 5. Oder warte mal. Ich guck mal. Äh... Nether... Nee, es gibt nur Nether-Ziegeltreppen. Lol, lol, lol. Ich glaub, mein PC hängt. Ja? Ja, oder zumindest mein iTunes. Vorhin hab ich Sacred-Aufnahme gemacht, hat sich mein Rechner verabschiedet gehabt. Keine Ahnung warum. Jetzt ist natürlich meine ganze Erde weg. Scheiße. Alter, hast du mich erschreckt? iTunes, iTunes. Du kommst auf die Idee, in meinem Zimmer Kack-Teen hinzustellen. Ich auch. Besser als TNT unten drunter. Unter ner Druckplatte dann noch. Genau. Hab ich auch schon mal gemacht, aber... Da hab ich noch mit dir und Basti zusammengespielt, aber... Niemand von euch ist draufgekommen. War voll traurig. Haha. Wie nett. Ich ess schon die Hälfte von meinem Osterzeug. Äh, Stefan? Ja. Lass uns rein. Okay. Ah. Was ist jetzt passiert? Nix. Nichts. Basti. Ja. Sehr. Not ist es. Nichts. Basti. Basti. Wenn de este Though. Anhos ist Confeder�도. Bitte. Eu 1957. Peter schrecklich. Vielen Dank.